Das ist ein Schwert So, diese Shark Teats will ich mir jetzt hier besorgen Das wird sehr schwer Denn irgendwie ist hier gerade Totose Hallo? Ja, ihr bringt mir jetzt nichts, ihr gebt nicht Shark Teats Ach ja Ist hier vielleicht ein Hai drin? Keine Haie, nirgendwo Das darf doch nicht wahr sein Oh Mensch Ein Fisch und es wird Nacht Ach guck mal da hinten, was ist denn das? Hallo Da hinten, was bist du? Skorpione, aha, cool Komm her Au, au Ja, Chitin Damit können wir glaube ich auch Aua Rüstungen Jetzt Hör auf Herstellen Hm, nam 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 Lecker, lecker Und ich bin Ja, ihr merkt vielleicht Ich bin schon wieder Äh Drauf und dran Mich irgendwo runter zu puddeln Weil ich immer noch glaube Dass hier unter dem Berg was sein könnte Aber jetzt erstmal Gehen wir auf Jagd Es kann gut sein, dass wir sterben werden Aber das ist hier eigentlich gar nicht so schlimm Weil die Sachen werden wir eh wieder kriegen Nein Was war denn nochmal Ein Golem Wir können natürlich gegen diesen Golem Kämpfen Aber Ganz ehrlich Ne Nein Der bringt uns um Komm her Komm her Wir können uns natürlich auch erstmal eine Fehlrüstung Machen Jetzt stirbt doch Achja Die Skorpione greifen ja nachts auch an Geh weg Junge Junge Ich bin gleich tot wegen dir Hoch Da vorne sind viele Skelette Wir brauchen natürlich auch noch Knochen Um die Hunde zu zähmen Die Wölfe Dass die Hunde werden Jo Nein Wir sind vergiftet Aber dieses Gift Hält zum Glück Wie ihr gesehen habt Überhaupt nicht lange Überhaupt nicht lange Dumm 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 Juhu Knochen Komm her Einfliegendes Pferd Ja jetzt seht ihr mal hier so Ein paar Monster Die sind nachts Ein bisschen schwer zu sehen Darkheart Glückes Herz Ein Reitner Zombie Ein Schleim Ein Zombie Der durch die Melonen backt Der mag wohl keine Melonen Ach komm Wer Oh du Arsch Okay Okay Du bist doch ein Kleines Kommt schon Leute Mein Haus ist kaputt Ach man Alter Boah du Pisseini Du Ich brauch jetzt mal wieder Energie Äh Das ist Schlau gemacht Hallo 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 Habe ich schon mal gesagt Dass ich Die Monster hasse Wenn nicht dann habe ich es jetzt gesagt Alter Zerbummt er hier einfach meine Truhe Das ist es jetzt baue ich auch noch falsch Das ist doch echt der Wahnsinn Ey Das ist einfach nur der Wahnsinn Ich hasse diese Oga Man ist tausend Meter weg Und die zerstört trotzdem einem alles Unser Slenderman ist auch weg Alles ist weg Unsere Truhe Alles Warte mal Erstmal schlafen legen Junge Frame Einbruch Wieso Okay War irgendwie gerade Crasser Frame Einbruch Ja sterb doch alle Ich hab keine Gesichter Doch Alter Ich tue dir doch gar nichts Blödes Vieh Tja also Wir haben unser Haus In der Folge Aufgebaut Und es wurde auch gleich wieder zerstört Das ist Wunderbar Hier liegt wenigstens noch ein Holz Wofür ich keinen Platz habe Es wird immer besser Juhu Juhu Dadam Dambam Dambam Dass wir auch keine Knochen in der Mehl mehr haben Müssen wir die Knochen jetzt die ich für die Hunde benutzen wollte Nehmen Ach es ist herrlich Es ist absolut herrlich Also müssen wir uns erstmal ein bisschen Holz besorgen Ich werde nachts nie wieder kämpfen gehen Ey Ja Übertreib Komm Dafür will ich nicht mein Schwert opfern Für so nen scheiß Schleimboy Schleimiboy Alter Rück mir nicht auf die Pelle Schon mal was zum Privatsphäre gehört Aber Da Jetzt geht's aber zu weit hier Ich frau dich Ich frau dich In your face baby In your face Was baby Alter Kannst doch mal sterben Los Ich schaff es den abzubauen Ich schaff es 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 Ja geschafft Haha 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 Hahaha Ja es dauert zwar ein bisschen länger Aber Ich will mein Schwert Ich bin halt nicht für so blöde Schleimsopfern Ganz ehrlich Muss nicht sein Na Nö Äh 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 Knommel Oh no Nur ein Cool So Dürfte das schon reichen An Holz Ich weiß es nicht Ich guck einfach mal Und ganz nebenbei Habe ich eben eine Idee bekommen Jetzt müssten die ja eigentlich wachsen So Also Schwuppdiwuppdiwupp Und den Rest verarbeiten wir 42 Das sollte Locker reichen Das reicht locker Das war allerdings falsch gebaut So Und dann Och Will ich Bitte Nein Auch nicht Ja Back dich weg Ich würde gerne Auch nicht Wo denn Äh Bis hier manchmal ein Bild kommt Das ist Unglaublich Jetzt Flieg doch noch weiter weg Flieg bis zum Mond Ach komm scheiß drauf Habe ich jetzt keinen Bock Den scheiß Enderman zu Schauen Suchen So Und dann war es das Auch für diese Folge Habe ich jetzt keinen Bock mehr Erst baue ich mein Haus auf Dann wird es wieder zerstört Super Das ist der Traum von jedem Und ihr wachst jetzt auch mal schneller Man Ihr habt jetzt hier Erde Also Ihr könnt wachsen Ist hier oben noch was kaputt Ist es nicht Gut Dann Bis zum nächsten Mal Bei Minecraft Melon Survival Bye bye Bye